2019 wollten wir die ersten Erfahrungen mit dem AC-Quadrat Businessplan sammeln. Und jetzt sind wir so weit, dass wir endlich wachsen können. Das Wichtigste für uns ist die Reichweite. Wir konnten zum Beispiel 2019 beim Pitch in der Digi-Church wichtige Unterstützer gewinnen, die uns maßgeblich bei unserem weiteren Weg begleitet haben. Wir würden euch raten, lasst euch auf das Abenteuer ein, denn die Realität ist vollkommen verrückt. Und verkauft eure Idee. Redet mit den Leuten. In Aachen gibt es viele Unterstützer, die euch auf euren Weg helfen wollen.